So, wenn ich mich nicht alles täusche, kommt jetzt Maschinen statt. Die Masterbuilder-City, ein Ort der Legende. Nun hat ein Nomad niemals ein Augenblick auf die Stadt gesetzt und zurückgebracht, um die Geschichte zu erzählen. Gut gemacht, mein faithfuler Nomad. Ich werde auf das Stadtzentrum pressen, während du die Gefahr ausgleichen kannst. Die Gefahr ist im Herzen der Stadt. Du musst deinen Weg durch die Polizei kämpfen. Nur mit einem Bomber wird du durch die Linie der Gefahr ausgleichen. Dann werden wir deine Freunde freiwillig. Bald wird die Glückwunsch sein, und ich werde dich mit Rewards geben, Nomad. Er hat es schon erwähnt, wir kriegen einen Bomber. Ja. Das und zweitens, dass man schon so nah an der Stadt ist, beziehungsweise am Gefängnis ist, wo die Freunde des Nomadens gefangen sind. Die sind eigentlich schon tot. Hast du jetzt gespoilert? Nee. Ist kein möglicher Spoiler, weiß man aber eigentlich schon mehr oder weniger. Woher? Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, woher, aber ich glaube, irgendwann wurde das mal gesagt. So. Haben wir noch was mit der Berta wegzumachen? Ich brauche mein Flugzeug. Ich will mir einen Bomber holen. So. Man muss nur wissen, wo er ist. Das ist ja gerade das... Was braucht man denn dann beim Gefängnis? Da ist er schon, ja, da ist er. Und... Moment, da muss man noch mal kurz was... Weg da nicht. Ähm... Da ist das Artefakt. Und... Der zweite Hang da. Das dauert jetzt eh ein bisschen, bis der aufgebaut ist. Solange es keine Stunde ist, dann ist doch alles in Ordnung. Nee, aber das dauert schon eine Zeit. Muss mal Reparatur-Check machen. Ich finde, das ist voll praktisch mit diesen automatisch schießenden Kanonen. Ja. Oh, er hat ein bisschen Schaden. Den bericht, den bericht ich schon nicht mehr, oder? Nö. Da ist die Reichwitte, der Bertha nicht zu hoch genug. Die Dinger wisch ich mit meiner Bertha nicht, die sind zu flink. Wie weit ist der Bomber? Okay, der Hangar ist fertig. Jetzt dauert es nur noch ein bisschen, bis der Bomber selbst gebaut ist. Und dann... ...können wir ja mal ein bisschen... ...Verwüstungen anrichten. Ich bin gespannt, den Bomber ja von ihr noch nicht gesehen. Oder sieht der immer gleich aus? Der sieht bei jedem gleich aus. Ah, jetzt haben wir unseren eigenen Bomber. So. Und... Jetzt werfen wir Bomben ab. Oh, ist egal. Der hat genug Schaden angerichtet, der erste. Da hat mich was gerammt. Dann machen wir das doch gleich noch mal. Bomber V2. Und du hast die Video-Übertragung abgebrochen. Ach, hab ich das? Moment. Dann... ...mach ich mal ganz schnell Pause und gebe dir die Dinger. Da hast du ja ganz gezielt geklickt. Aber erst mal... ...mach ich mir schmiert gerade das Blut. Ach, der hat das sogar verstanden. Also Fraps war zumindest gerade noch auf Rot. Das heißt eigentlich, dass er noch aufnimmt. So. So. Dann bomben wir mal die Kanonen, die er wegkommt. Dann spende ich hier am meisten. Dann schön Bomben-Zäppich aufs Teil. Dann schön. Ein paar Harnler geht das, ne? Hat jetzt eigentlich vor, da rein zu crashen, aber wenn der vorher noch kaputt geht, ist das umso besser. Ich weiß zwar nicht genau, warum ich das Zeug jetzt überhaupt noch kaputt mache, aber was weiß. Okay, der ist auch weg. Da war ein Fels im Weg. Der Fels in der Brandung. Ja, das ist halt ab dieser Zeitpunkt des Spiels. Wir haben jetzt zwei Flugzeuge unter der Kontrolle. So, nachdem die ganzen Kanonen weg sind. Jetzt ist mein eigenes Flugzeug in meinem Bomber gekracht. Ah, super. Ach ja, das ist schon so wertvoll. Also ich muss sagen, trotz dass das Spiel so alt ist, man kann es sich immer noch angucken. Ja, geht. Mein eigenes Flugzeug ist mir gerade in meinen Bomber reingekracht. Ja, ich hab's gesehen. Das war eine sehr hobe Tafel. So das Zeug. Nicht. Jetzt hab ich mich schon wieder irgendwo rausgeklickt, hm? Aber ich hab immer noch Bild. Das ist gut. Da haben wir jetzt irgendwo dagegen gekracht. Aber ich glaube, ich hab ziemlich alle Verteidigungs-Sachen jetzt ausgeschalten. Ich glaube, wir können jetzt einfach nur noch da hinfahren und das Level beenden. Was hast du da eigentlich noch in deinem HF-Faktor wie das erste? Was ist da für ein Gebäude? Ähm, das ist noch ein Sammler. Also sowas wie das hier. Achso. Okay. Die da müsste ich vielleicht noch nicht machen. Und die sind böse. Die da sind böse. Die da sind noch noch nicht wirklich. Ich bin keinörung, aber ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Und ich hab's gesehen. Die da sind ohnehin. Oh Gott, was denn weißt du die da? Wir sind ja nicht weiter vorne. Der hier schaut fast zu nach Hause. Ich hab's gesehen. Hier ist noch das ganze Bedeutige ohnehin, Der hier schaut fast zu nach Hause. Es ist ja ja nicht weiter vorne, der hier schaut fast zu nach Hause. Es ist ja auch nicht Meila aus. Das ist ja auch nicht einfach. Ach, was sind das überhaupt für Dinger? Ich weiß es selber nicht genau. Ich weiß nur, dass die Dinger Bomben abwerfen können. So, keiner ist weg. Und die lassen sich sehr schwer treffen. Einmal kurz Anlauf nehmen. Von hinten geht es nämlich ein bisschen besser. Okay. Einmal mit denen. Und dann. Ich will die auf jeden Fall nur alle weg haben. Gut, so geht es auch. Da ist der andere gerade. Ja, der ist da. Mal schauen, vielleicht kann man ja den Bomber hier rein crashen lassen. Ja, geht das, geht das, geht das? Ja, es geht. So. Dann haben wir die alle weg. Das waren die letzten großen Gefahren für meine Insel hier. Man merkt schon, wenn das Kraftwerk auf Stufe 3 ist. Wo ist für Reparaturen kaum Energie? Oder beziehungsweise die Energie, die man braucht, bemerkt man nicht. Ja, man braucht halt die Energie hauptsächlich für Reparaturen und um Flugzeuge nachzubauen. Und dann haben wir es eh schon geschafft. Nach dem Level checke ich dann erstmal, ob die Aufnahme überhaupt noch läuft. Wretched fool! Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Er wird uns alle verletzen. A lange Zeit, er hat versucht, die Macht über die Skrits zu verletzen. Er wollte das ganze Welt verletzen und ihn zu verletzen. Nach einer langen, arduenden Herausforderung, er wurde immer wieder ausgesucht. Wenn er diese Maschine verletzen, er wird seine alten Werte verletzen. Du musst ihn nicht helfen! Es ist noch nicht zu lange. Ich werde... So, wir treffen uns wieder, Blüdan. Jetzt werde ich meine Revenge für all diese vielen Jahre in Exile geben. Oh, es fühlt sich so gut zu haben, dass die alten Werte wieder einmal zu haben. Jetzt habe ich absoluten Macht über die König der Skrits und ihre Krieger. Komm mit mir, Nomad. Zusammen werden wir über die Welt verletzen. Was? Du, würde ich gegen mich gehen? Du dummer! Das ist die Dank, ich bekomme. Dann werden meine Skrits auch verletzen, Nomad. Du hast geschehen, deine Freunde. Aber du werden alle... ... verletzen. Geh'n! Geh'n, du dummer! Geh'n, meine Skrits. Verletzen alles, was in deinen Weg kommt. Siehste, der hat auch noch von der Toonsen ihrer Freundin geredet. Ja, das ist so ein verwirrender Part von dieser Story, die ich auch nie so richtig kapiert habe, weil angeblich hat man sie gerettet, aber auch richtig vorkommen tun sie nie. Und so the world was overtaken yet again by disaster. Once more, the merciless army of insect creatures advanced. With no regard for their own losses, they stormed the desperate defences of the Nomads. Driven on by their evil leader, Basaltface, the Skritt hordes prepared to plunge the Nomads' world into darkness. The Nomad leaders met at the Grey Market and prepared to do battle against all odds. The Skritt hordes will soon be here. We must stop them. But, Master Builder, what should we do? Alarm! The Cloud Gate! The Skritts! They've destroyed it! We're being overrun. There are too many of them. We can't hold them off. There's hope yet, but I need more time. We have to stop them at the first line of defences, whatever the cost. It's a suicide mission. Nomad, this is a job for you. You freed Basaltface and brought war on us all. Come with me, Nomad. Take over the guns in the front line. Hold off the Skritts, no matter how. There's not a moment to spare. Let's get to work. Good luck to you all.